Serge, könntest du uns ein neues Jersey zeigen? Das Trikot will doch keiner haben. Ich meine, was soll das sein? Ein Fashion-Peace? Peace? Eher ein Fashion-Statement. Das ist kein Trikot für Legenden. Frag mal einen. Rudi? Also ich finde schon. Ist das so ein Tic-Tac-Ding? Ich check mal eben. Ja, ist es. Ist das ein Frauentrikot? Ich weiß nicht. Sieht für mich noch nicht nach 8 DM. Sieht denn aus? Das ist doch kein Deutschland-Trikot. Doch, ist es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank.